hallo und herzlich willkommen zurück zu einem wundervollen neuen part von der forest ja was war denn jetzt warum habe ich jetzt schaden warum hat mich einer von euch mit einem pfeil abgeschossen ja wahrscheinlich der kombi ok das an gerissen was ja ich habe wirklich nicht abgeschossen ich habe ganz ein brandfall das wird man ja sehen wenn ich nicht abschießt weil dann hatte ich danach kein was 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 tust du das lebensbüde ähm überlebe ich das ich würde sagen du solltest lieber runterklettern scheiß na doch du kannst runter springen aber bitte er ist da am seil entlang da kommst du nämlich ins wasser so ich würde sagen wir gehen wieder hoch was oder war hier irgendwas ich weiß es nicht ich würde sagen wir gucken uns hier am besten mal um ahhh ich dachte du bist der Bursi ich bin ein wandlungsfreudiger mensch was ich sag ich bin ein wandlungsfreudiger mensch ach so oh oh hier kreis irgendwo was da über dir reset über dir hinter dir hinter dir hinter dir da ist nur ein geburt an der wand ich dachte ihr wart ihr noch nicht wann sollen wir denn bitte schon hier gewesen sein ok ok weil du irgendwas von Wand gesagt hast von Seil und hochgeklettert äh hat jemand was zu trinken auch ja ich hab noch was ich komm jetzt hoch da geb ich dir wollen wir mal das Teil hier drüben hochklettern hier bei mir hallo hmm ich weiß nicht was der normale Weg wäre also ähm ich würde sagen guck dir das mal da drüben wo wir hier und mal gucken ob wir uns vielleicht irgendwann bleiben mal das schlimmste was passieren könnte ist ja dass du gefühlt bist ja 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 deine disses die sind aber die härtesten hier hängt jemand hey äh menkalian kommst du mal her der menkalian ist grad da wo der kompi war der kompi kommt wirklich weiter entgegen zu menkalian scheiße da sind wir beide da warte ich leuchte euch jetzt an das Licht der Schande soll euch äh anleuchten hier und wieso kann man hier mit der Climping eigentlich nicht machen ich sterbe an Kälte ja verdient das Licht der Schande leuchtet dich an GERONIMO was ist denn mit hier eigentlich los selbstmord warte mal ich versuch mal ob ich das Tal da so runterwerfen kann Achtung hier ist ne Eingeburt Alter das funktioniert das funktioniert lol kann ja einer von euch mal ein Feuer machen ich muss hier grad ne Eingeburt töten okay nice ich mach da sie ja da am Feuer oh shit oh shit ne ich bin auch wieder da hallo was war oh shit Alter ist es voll lustig da runter zu springen könnte mir mal jemand mit dieser Eingeburt helfen das ist einer sonst siehst du den ich alleine bin ich meinte nur falls da noch jemand ist ach du gehst da mit der Climping einfach so drauf ja mit was denn sonst also ich hätte ihn jetzt mit dem Koffer zusammen getrasht so ähm ähm nehm dir das hat sich grad selbst irgendwo im Wasser versenkt verdient so es liegt ein bisschen was auf dem Feuer ich hab alles aufgespüßen was ich hatte hä mit der Climping jetzt kann man irgendwas machen ähm kann man irgendwie zu irgendwas kombinen aber ich war was da steht ja klein da steht ja 1 Axt das zeigt wahrscheinlich kann man noch irgendwie der zweite Climping jetzt bekommen oder kann man das mit hast du Federn? ja aber die bringen nix ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung ich kann nur danach dass da steht 1 vermuten dass ähm es da wahrscheinlich 2 Stück gibt oder so hat irgendjemand noch Hunger? so möge er jetzt essen warte mal ich schau mal also dieser komische äh äh Schläger da geh nicht aus einem welcher Schläger? äh Keule hä? rüßt den mal aus ja mach ich gleich äh was macht dich so kling 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 ja das mach ich hier ja ich verbessere den grade so ach so der der Club der da der Club keine Ahnung glaub ich Keule oder so was auf deutsch oder so ich komm in der Club mitkommen und am besten nicht wie er direkt drüben reinfällt boah komm Ki ich hab dein Arsch im Gesicht was bist du noch Bündchen? ne eigentlich nicht warum naja mief mief ein bisschen so oha hehehe was ist denn? alter ich werd verprüfelt was soll das? ah scheiß ah hilfe hilfe ähm ALTER du Sörder hehehe äh scheiße hilfe ich bin tot hilfe ich auch ja ja kompi hilfe es war doch so klar dass das einfach so so richtig blöd endet ist halt so du tombstoner du tombstoning oh wurd ich zu wurd ich zu wurd ich zuerst wiederbelebt nein hier philip war nicht mal tot ja ich hab mich selber wiederbelebt keine lust auf euch so jetzt kletter bitte mal vor dass ich nicht die ganze zeit ja hinter dir kriechen muss hilfe hilfe so klettern sie ineinander ja ich weiß auch nicht der klettert irgendwie so langsam ich kletter jetzt einfach durch stört mich nicht alter jetzt hast du mich schon wieder runtergeborgen jubbörder saa jetzt reicht's aber zum glück kann man in der luft laufen sonst wär ich ausgerastet grad ja ich meine rüstung für mein leben welches leben scheiße oh nee dich schon wieder solche hässlichen kleinen missviecher nix außer rum kreischen das ist sie die machen aber auch erstaunlich viel schaden so da wollten wir letztes mal hoch ja wir gehen da jetzt auch hallo und herzlich willkommen zu den tagesthemen oh ich hab okay mir ist grad nur was eingefallen dir fällt was ein ja was fällt mir nur ein dass mir was einfällt oh ho ho warum machst du hier die ganzen bretter kaputt ich glaub es hackt warum hat sie du 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 ich bin ich bin blut ja weil du einfach von äh keine ahnung oh hier ist von der klippe springst und zu doof bist du bist ins Wasser zu springen ist das einfach heute das war so klar Leute das bin ich summ 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 der über das könnte böse enden könnte es nicht das sollte man Die Wand zerbricht und auf einmal fällt so ein Baby von oben auf mich runter. Und das hast du natürlich verdiktet. Was habe ich verdiktet? Das Baby oder die Wand? Die Wand! Aua! Warum schlägt der nicht? Ich habe dem gar nichts getan. Ich wollte ihm dazu bewegen, meinem Club beizutreten. Ich glaube, das fand er nicht so cool. Oh, meine Taschenlampe hat 20% jetzt wieder minus 1%. Ach so, ja, das ist natürlich doof, wenn die Taschenlampe minus 1% hat. Oh, hier ist so, da, so, da, endlich! Ich habe dich so vermissen. Sola wird später im Spiegel zu den unnötigsten Dingen überhaupt. Warum? Weiß ich doch nicht, habe ich nochmal gehört. Ach so. In Wirklichkeit hat Menkalian das Spiel schon dreimal durchgespielt. Also bitte, warum sollte ich so spät dreimal durchspielen? Stimmt, soweit schaffst du es gar nicht. Und du beschwerst dich über meine Taschenlampe. Naja, also meiner war doch schon besser. Es ist... Ugi, es sind ganz viele Arme. Braucht jemand welche? Ist es klopft dran? Ja. Nö, nicht so. Dann brauche ich keiner. Na ja, so eine vierte Hand ist auch ganz lustig. Ja, blöd ist nur, wenn man sie an sich bewegen kann. Doch, doch, das geht schon irgendwie. Stimmt, wo ich dann auch mal dran denken muss, ist, in OBS das Ding hochzustellen kann man. Sonst sehen die Leute genauso wenig wie du. Na ja. Ja, zeitweilig schlecht. Wo laufen wir eigentlich gerade hin? Zum Ausgang. Das... Also wir laufen mit Menkalian hinterher. Also irgendwann kletter ich gerade hier unter, wie ist der Kompetenz, der mich gerade dauerhaft ins Gesicht tritt. Ja, das ist echt furchtbar hinter dem zu klettern. Ähm, ja. Also da geht's lang, oder? Ne, hier geht's nicht lang. Doch, warte, hier geht's lang. Du bist wirklich ein öffentliches Ärgernis. Warum bin ich ein öffentliches Ärgernis? Ich rede mit Krompi. Ach so. Ich rede doch nicht mit dir, ey. Hä? Guck mal, komm. Jetzt bin ich oben. Wo kommen wir denn dahin? Alter, jetzt bin ich einfach zu fett hier, das ist es einfach. Du musst hier an der Seite durch. Hier, glaub ich. Jetzt werde ich einfach noch geblockfallen. Aber dafür sind jetzt, glaub ich, in der Nähe des Höhe. Ja. Das glaubst du. Also hier ist, hier ist auf jeden Fall der... Ah! Oh Gott, oh Gott. Hier, komm, hier dann. Hallo, hier, hinter dir. Mankaljan. Ja, ich weiß, ich guck mich hier grad nur weiter um. Da du grad, oh Gott, irgendwas gesagt hast, gerechne ich mit Fledermäusen. Weil das... Die sind sowieso die furchtbarsten Kreaturen in dem Ganzen. Falsch, Mankaljan. Da sind wir hergekommen. Hier dann. Ich guck mich hier immer noch um. Achtung, Fledermaus. Ich erschrecke mich trotzdem. Was ist das für eine Scheiße? Oh, Ausgang. Ah! Oh, hier waren wir schon mal. Hier hab ich einen Stickmacher gesetzt. Ach so. Und findest du den Eingang nicht. Ja, super. Hier wären wir sogar, glaub ich, richtig rum reingegangen. Aber gut. Ja, ich muss noch kurz zum anderen Ausgang und den als erkundet markieren. Könnt schon mal vorgehen. Und der kommt mit und sorgt dafür, dass es nicht getötet wird. Ich bin getötet, zeige ich dazu nur. Wo seid ihr eigentlich? Ich? Wo bist du? Das ist ne gute Frage. Da wo mein Name ist, würde ich sagen. Leakst du? Weil ich seh deinen Namen nicht. Ja, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Hat hier irgendeiner den Stickmacher bestellt? Oder hat sich hier einfach nur keinen hingebaut? Vielleicht hast du keinen hingebaut. Kann auch sein. Setz a good questione. Setz eine gute Frage. Setz. Dass irgend so ein Stick im Wasser ist. Ich weiß nicht, was das jetzt... Wo bist du denn? Ich seh deinen Namen immer noch nicht. Ich seh deinen Namen immer noch nicht. Ach da. Jetzt seh ich deinen Namen. Also recently war Reset verschwunden. Ha ha ha. 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 Oh. Oh. Woher wusste er nur, dass das kommt? Weil das nach jedem deiner Witze kommt. Oh ho ho ho. Oh, ho ho ho. Oh Gott war das grad... Ja, ich weiß, ich bin irgendwie zu fies. ich glaube ich mag nicht eine person auf dieser welt vielleicht ein bisschen weniger und ich bin ob du bist optimistisch ich glaube das ist eher andersherum getränkt wieso ich wieso ich bin optimistisch wenn ich sage dass ich ein wenn ich besser müsste schwer würde ich sagen ich mag ich würde jetzt fünf leute auf der welt mehr ja aber trotzdem ich dachte du gehst jetzt von dem einen deiner fans aus okay weil den habe ich gemein wahrscheinlich dann nachdem ich es jetzt offenbart habe ist es jetzt wahrscheinlich auch zu ungunsten von ja keine ahnung nie nicht von diesem fan sondern von mir weil das jetzt wieder alles umdreht ist egal müsst ihr nicht verstehen ich habe noch ein paar coneflowers aber unser garten ist voll unser garten ist voll nein noch nicht jetzt ist der gerade ja dann muss ich einen neuen garten anlegen da ist man irgendwo platz da ist noch ganz so man nennt nicht nämlich auch den gärtner der mörder war wieder der gärtner oh ja das war ich habe immer noch ein blut okay wenn sie einen neuen garten anlegen ja ja ich glaube schon erstmal die färgern und so ein kaninchen das hier mir von den die arme gelaufen ist und dann mit meinem wird also ich weiß ja nicht was die leute haben also da gibt es so manche leute die ihm im sperr jagen ich gehe mit meiner keule und mit meiner axt jagen so mache ich das so machen das richtige höhlenmenschen naja höhlenmenschen jetzt nicht unbedingt die hatten ja ich bin hier kreativ und jagt wenigstens mal etwas anderem hier so kann man die teile eigentlich auch die kann man ja nicht öffnen wenn wir unter wasser sind die koffer warum sind die denn überhaupt unter wasser meinst du die koffer können sich das raus suchen obwohl die abstürzen ja doch wäre schon cool so dass ich auch nur einen schritt beweg wird diese falle auslösen ach ne doch nicht scheiße die falle hat ausgelöst ach so wir sind ein tv star das wusste ich gar nicht schon wieder so ne okay ich habe die falle jetzt selber ausgelöst prediction er wird es auch ein drittes mal tun naja auf jeden fall leute ja also ich habe herausgefunden ich bin ein tv star also mein charakter hier nicht ich habe herausgefunden ich weiß ich habe so ein magazin gefunden ja ich weiß ich hätte das magazin haben wir alle gefunden ach so ja wir sind cool sind halt auf allen magazinen du drauf ja ich bin eigentlich drei löser ein und dasselbe magazin dreimal an einem das ist ein mysterium das ist einfach unsere fans die piloten deswegen sie die hier auch abgestürzt um halt dann zusammen mit uns also mit mir weil ich ja hier der tv star ist ja auch das dschungel camp genau und wir wollen einfach eine woche lang allein mit mir hier auf der insel sein es ist für den kommentar hast du nur den tod verdient ja ich weiß kommt wie nicht du was was hat er denn gesagt er hat gemeint wir sind hier im dschungel auch so naja ich meine ist es ja egal was wir machen das so also wir sagen einfach bei solchen sachen das ist das ist dem zuschauer überlassen wir das findet dschungel camp oder so hin oder her ist das in den kommentaren dass sie das zu wahrscheinlich eher nicht weil stimmt ab und sein stimmt ab welcher dass die nächste woche rausfliegt so na rektisch zwischen der menkalia du fällst jetzt nicht gerade den baum in richtung unserer base doch muss ich will die garbeit tragen weg hört ja das ist die falsche richtung in den fels rein ach so ja ob irgendwo auf dem fels liegen jetzt noch zwei baum stellen würde ich glaube im fels das ist ja unser ich gehe jetzt auf den fels drauf und guck nach warum sind hier wegen schweine hast du was gegen wildschweine ich hab's ja gerade getötet also nein ja doch wenn du so getötet hast hast du schon was dagegen außerdem tötest du sind sondern jagts vergeht den her bestellt sie es dabei fast denn also da kann man nicht unterscheiden wer was jetzt das wildschwein ist eigentlich ja ich weiß ich glaube du bist gerade ganz knapp dran für die nächste woche raus gewillt zu werden was ist das und wir haben das ja alles gescriptet er ist ja eh schon raus also keine angst ach so ok warum kann man an diesen komischen dingen star nix dranhängen ach so weil ich kein fleisch im inventar habt das ist das beantworte die frage wenn ich jetzt gestorben wäre ich hätte mich sowas von geschehen waren da in der anderen wurde nicht auch schon peinlich das wäre hier noch weil ich sage mit der vorhin in der höhle war so von anfang an klar gewesen springt die ganze zeit einfach mal so den abgut rein ja wie passiert wohl nichts da unten ist bestimmt wasser interessanterweise bin ich tatsächlich nur runter gefallen weil der ich habe keine ahnung gerade mehr aber der kombi wird danach sowieso wieder im video nachgucken und sich danach in den kommentaren beschweren natürlich unter dem ersten part ist ein kommentar ach so ja ich schaue unsere folgen nicht das ist schon schlimm genug wenn man die einmal so live miterlebt hat du hast uns ja auch nicht abonniere um ihm dann vorzuhalten wie schlechter ist ach so cool ich habe uns abonniert und guck uns nicht du hast uns wieder abonniere kommt jetzt wahrscheinlich nicht abonniere und guckt uns tatsächlich ja doch du hast doch abonniert oder was also ich sowas abonniere am ende sind die videos in der abo box naja aber ich finde sich selber abonnieren ist ein bisschen komisch und ich gucke auch nur die videos an um halt so kontrolle zu gucken weiß ich so ja das heißt wir haben zwei abonnenten also mich selbst nicht mitgezählt ihr zwei da draußen wer seid ihr wahrscheinlich würden wir einfach so aus versehen abonniert so wenn ihr uns absichtlich abonniere und wenn ich dann schreibt auch in die kommentare und abonnenten hat aber vielleicht ist es den abonnenten auch peinlich zu uns abonniert haben und deswegen sagen wir haben keinen einzigen abonnenten mit der sein abonnenten auch so cool das heißt ich kann nicht nachgucken wer das ist sonst hätte ich nämlich ich zeig dir mal so ein trick also ich würde sagen wir gehen jetzt erst mal ins baumhaus hallo hallo nicht ist hallo hallo kann ich nicht hoch geschrieben guten tag ich kann nicht anschlafen ich glaube ich ist das also auch recht müde Ich reparier das Baumhaus von dir aus Ah, ich kann hoch, ok, wenn jetzt jemand das Baumhaus in diesem Moment zerstört, dann kann ich wieder hinzuwägt, ich klett an Ich überleg grad, ob ich vielleicht sogar einen Screenshot von meiner, vielleicht so ein ähnliche als Fampen leben soll, auch wenn das hier in diesem Part jetzt nicht war, aber Ich weiß nicht warum Ist egal, geschlafen jetzt erstmal Infectet, oh, ich muss mich erstmal mit Allure hier Wo sieht man nicht die To-Do-List? Im Buch Find Timmy, find the missing plane passengers, explore Ich würd sagen, wir speichern erstmal Da stehen alle Capes drauf, die wir schon mal gesehen haben Also, speichern wir alles ab Gut, dann war's das für den Part und tschüss Tschüss Ja, tschüss, tschüss Ja, man sieht sich vielleicht mal so Ok Ok Weigern Viewer Motion caric Check to live Untertitelung des ZDF, 2020